Rattlader Dörferleger? Ich schätze, dass ich auch nicht kann. Kann man mit dem Törner in seinem Leben noch wenig gewünschen? Ich meine, es ist auch Stress für den, das jetzt machen zu müssen. Er schätze, sich einfach draußen hinzusetzen, die Innung aufzulegen und sagen... Das kann er ja nicht. Der hat ja kein Geld. Der hat ja nie mal einen Gartenstuhl. Wo soll der sich hinsetzen? Seine Müllhalde? Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Ja, das ist so. Ja, man muss noch einen Moment warten. Man müsste sowieso eine kleine Gebäude haben und dann müsste da die Hände noch so diese Kieselsäule und dann wieder zupkeln.